Wir freuen uns, bis später. Gerade noch auf der Bühne und jetzt schon hier bei mir. Hi guys, wollt ihr euch kurz vorstellen? Hello everybody, my name is Kian. Hello, I'm Shane. Hello everybody, I'm Nikki. How's it going, I'm Mark. Hello, I'm Brian. And we're Westlife. We're in the Westlife. Very good. Seid ihr von Irland direkt hierher geflogen? Nein, wir sind von Kopenhagen nach Frankfurt und haben weiter nach Dresden geflogen. Du musst uns entschuldigen, wir sind noch völlig jetlagged. Manche Leute behaupten, Westlife sei die ultimative Boyband, weil sie all die Stile der großen Bands, wie Backstreet Boys, Take That, Boyzoom und so weiter in sich vereinen. Sind solche Vorbilder auch manchmal eine Last? So etwas zu hören ist ein großes Kompliment und eine große Ehre. Eigentlich ist es die größte Ehre überhaupt und ich hoffe, wir können dem irgendwann gerecht werden. Es ist unser ganz großer Traum, einmal ebenso berühmt und erfolgreich zu werden wie all diese großen Bands. Man wird sehen. Wir geben jedenfalls unser Bestes. Ihr werdet heute Abend eure Single I Have a Dream spielen. Wie kam es zu dieser Coverversion? Ursprünglich haben wir den Song nur für eine TV schon in England gemacht und dann als Weihnachts-Single veröffentlicht. Aber dann wurde ein Nummer 1-Sit daraus und deshalb kamen die Single auch europaweit heraus. Ich freue mich jedenfalls darauf. Thank you very much, Westlife. Thank you. Ja, und ich gebe jetzt ab an Mola. Ja, Chef. Maya Caris-Hotten im Remix Video in Sexy. Hohe Absetzungen, enge Kleider. Brian's Mütze.